ich will nicht ich will nicht und herzlich willkommen zu block 04 ich muss durch den regen lachen ich gehe noch mal nach oben und frage ob ich noch in meinem regenschirm habe ansonsten ich habe kein also fangen wir doch mal an also heute hatte ich so alles aus heißt ich habe nur fünf stunden von jetzt bis 12 25 jetzt haben wir zwei stunden provi dann nochmal zwei stunden dateien und dann habe ich eine stunde klassenlehrerstunde und dann ist vorbei und jetzt wieder nach hause aber ich habe mir gestern den fuß unten aufgerascht sehr toll und das tut weh nicht in berühre deswegen humpel ich auch wie ein vollhorst weil ich versuche den ganzen nach oben ein groß ist natürlich der große c ist ich versuche den ganzen nach oben zu strecken also wie gesagt geil ist der handy schon wieder komplett nass aber dafür ist der tag nicht so lang leck mich doch am arsch weil das brennt immer noch naja wir sehen uns im nächsten clip jubi vielleicht da treten wir doch noch ein stuhl mich um behebend verlost so dass lenken auf die reichs derzeit so dumm bewegen muss das scheiße und ich kann berg auch nicht besser laufen ich laufe recht langsam gerade naja und das paket für thomas geschenkt ist immer noch nicht angekommen es muss heute ankommen ansonsten mache ich mir richtig sorgen wenn es nicht heute ankommt dann sind da was nicht dann habe ich angst nicht mehr sein geburtstag bei mir an oder so ach digga hat das scheiße gerade naja wir sehen uns im nächsten clip wahrscheinlich in der ersten pause oder wo wir sind so bei der provis politik und wirtschaft und jetzt kommt jetzt auch letzten zwei mal ein kauf in der cafetaria dann nehmen wir uns wieder eine tasse das passt hier sogar komplett hier drunter und nutzen nehmen wir uns einen euro ein bisschen euro ein bisschen euro dann einmal bauen wir uns noch etwas rein dann tippen wir auf creamy chocolate und dann geht es wieder ab tschüssi fokus autofokus fokussiere doch mal jetzt und da ist er doch und der ist euch ein bisschen übergeschwappt und ein bisschen was an die seite rausgekommen egal wie wird der zahlen und bis 20 minuten 10 minuten ist die pause vorbei habe ich mich schon mal irgendwas auf video oder so und dann ja oder ich irgendwie endlich meine latein durchzukriegen und dann ja dann habe ich nur noch eine stunde ja es klappen ja schon zum glück danach ist es gleich vorbei das ist sogar ja wie gesagt wenn noch mal danach auf dem folgen was eigentlich ziemlich immer nur schulter aber wenn noch irgendwas passiert dann filmt natürlich bei eigentlich will ich euch im ganzen einfach alltag nehmen und ich nur meinen schulalltag aber halt mehr passiert ja nicht dann sitze ich meistens nur vom pc wenn noch etwas passiert dann ehrlich jetzt ehrlich jetzt warum zum trick geht jetzt auf einmal das licht hier aus warum geht es nicht aus wenn da irgendwas nach der schule passiert ist wie es gestern war dann ist jetzt vorbei haben gleich noch mal eine stunde klassen ja schon heißt bei anderen leuten heißt es vielleicht irgendwie ist die zahlkultur irgendwie soll auf jeden fall ist es die man diese stunde wo man halt oder was mit der klassische macht gesehen ich glaube das kennt ihr bestimmt ja dann geht gucken wir gleich noch was wir machen ich hätte gucken wir mal gleich mache wenn wie gesagt wenn noch irgendwas passieren sollte heute gehen oder sonst was dann melde ich mich wieder ansonsten sehen wir morgen